Ja, meine Kerle, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4 und natürlich auch Schwästin. Im letzten Part wurde Natsume zur Dämonenprinzessin und das ist auf jeden Fall, habe ich gerade Prinzessin gesagt? Ich meine natürlich die Prielzessin, denn sie spült in der Küche. Äh, je. Ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass Natsume die Dämonenprinzessin ist und, äh, besser gesagt, die Reinkarnation einer, solchen Dämonenprinzessin. Und das ist ziemlich, ähm, äh, äh, mulmhaft, ja, denn jetzt gerade läuft sie hier rum, als wäre nichts gewesen. Hinter ihr ist Haruja, ist halt auch richtig komisch so, ne, aber, was willst du machen? So, wir müssen irgendwie in zwei Gebiete gehen, müssen wir mehrere Leute irgendwie befragen oder so. Na gut. Und, ähm, oder kann es irgendwie sein, dass wir, wohin müssen wir eigentlich? Ah, es gibt mehrere Orte, die wir irgendwie abklappern müssen. Alles klar. So, nee, aber im letzten Part, äh, war es soweit. Natsume. Oh, Junge, wo bin ich? Ach, uff. Man kennt's. Natsume hat sich halt in eine Dämonenprinzessin verwandelt und das war wirklich sehr krass. Äh, sie hat quasi ihren Bruder gerettet, indem sie sich zur Dämonenprinzessin macht. Ja, also sie hat sich quasi verwandelt, wurde zur Dämonenprinzessin und konnte so Keizuke retten. Sonst wäre Keizuke wohl sonst was passiert. Um nicht zu sagen, gestorben. Aber da das ein bisschen zu kritisch ist, äh, lass mal stecken. So, was ist denn hier los? Ist hier eine Verschmutzung oder was? Der, äh, Hundebrutz wartet hier schon so fleißig oder was? Ach, muss ich hier die Gegend abchecken oder was? Hä? Ja, was ist denn? Ah, hier. Ich glaub, wir müssen zur Verschmutzung. Kann das sein? Oder liegt's an diesem Item hier? Ich dachte erst mal, wir müssen rein ins Schulgebäude, aber das geht ja halt irgendwie in diesem Spiel gar nicht. Von daher, voll Schwachsinn. Also steht ja hier, drückt den R-Knopf durch, um, äh, die Gegend zu untersuchen. Und das tun wir gerade. Kommen sie heran! Und ich glaube, dass das hier auch so eine Art, äh, Trigger-Moment für die Quest ist. Und ich glaub, dass wir das dann dreimal machen müssen. So. What? Ich wurde reingezogen. Warum? Ja, meine Kerle. Oh mein Gott, wir kämpfen gegen Glatia! Ach, du heilige Scheiße, Bruder! Und... ...nazume ist, äh, äh, sichtlich, äh, geschwächt, ja. Ob sie sich so auch zur Dämon-Prinzessin verwandeln kann? Nein, kann sie nicht. Mir wurde, by the way, in die Kommentare geschrieben, dass ich Shibanyan so schnell, wie es geht, auswechseln sollte. Kombo-Hit! Äh, ich, ich überleg mir mal, wer dafür in Frage kommt. Das Ding ist so, ich glaub euch das schon, dass, dass Shibanyan als Rangdeo kein, kein leichtes Spiel haben wird. Ja, also ich glaube, dieser Kampf gehörte zur Quest. Weil, guckt euch das doch mal an hier. Das sieht doch total kritisch aus. Oh! Also, ich werde im heutigen Part mal gucken, ja, wen wir, äh, reinballern werden. Ins Team und, äh, ja. Es ist traurig, ja. Also, ich, ich, ich würde mal sagen, ich behalte den, 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 äh, neuen Shibanyan auf jeden Fall drin. Ja, also den Lightside, Shadowside Shibanyan, den behalte ich im Team, weil der ist, glaub ich, Rang C. Ja. Nur D muss halt eben raus. Das ist halt so das Ding. Ich muss, äh, D rauspacken. Und somit auch sämtliche Yokai, die irgendwie auf Rang D sind. Aber, da hab ich halt nur Shibanyan. Und, äh, ich muss da geht mal aufstocken, weil mir wurde gesagt, dass es, äh, in der Hauptstory wohl sehr schwierig sein soll, mit einem Rang D Yokai das Spiel zu schaffen. Es ist möglich, wenn man sich gut genug levelt. Das ist halt nicht das Problem. Man kann mit Shibanyan Level 70 sein, da wird alles wegrasieren. Aber es geht darum, dass man sich halt im Rahmen des Level-Bereiches, äh, die bei Yokai raussuchen sollte, die, ich sag mal, einen etwas besseren Rang haben und dementsprechend noch etwas bessere Werte. Also, Mois. War da grad eben wieder ne Verunreinigung am Boden? An der ich grad so vorbeigeschlittert bin? Oder was? So, auch hier diese Gegend wird untersucht. Hier beim Kalebassenteichpark, aber ich seh hier irgendwie gar nichts. Doch, da hinten. Ai, ai. Ich hoffe, ihr hört übrigens nicht den Ventilator-Hintergrund, oder ich hoffe, ihr hört nicht so ein, so eine Art, äh, Hauen gegen's Mikro mit leichten Schlägen. Das Ding ist, äh, müsst wissen, es ist halt wieder fucking heiß hier. Es sind, glaub ich, grad wieder um, äh, 8.46. 25 Grad. Und, äh, das geht auf 39 heute hoch. Und, da muss ich halt definitiv ... Da ist die Frage, ne? Darf ich überhaupt getroffen werden? Darf ich überhaupt getroffen werden? Weil, äh, das ist so komisch, Alter. Naja, egal. Oh, wir hätten heilen sollen. Fuck it. Ja, wir müssen dann kurz mal wechseln. Äh. Ja, komm, Shibanian, kommen sie heraus. Aber man muss aber schon sagen, ja, Shibanian in 30 Jahren älter ist halt einfach ne geile Sau. Ehrenbruts. der Guthalte, äh, äh, uff. Da sag ich jetzt besser mal nichts zu. Ich glaub, es ist, äh, äh, man muss, glaub ich, keinen Kampf machen, aber wenn man halt eben getroffen wird, dann wirst du zum Kampf herausgefordert. Das ist das Problem. Weil, hä, warte mal kurz, was? Was? Hat's gerade geleckt? Nee, das war dieses, äh, dieser Zaun, der war komisch. Hä? Hab ich's jetzt also doch nicht geschafft? Oder was? Also, ich, ich darf nicht getroffen werden? Ist es das, was man von mir will? Hä? Hier ist doch gar nichts. Doch, jetzt ist da wieder was gespawnt. Am gleichen Punkt wie eben auch. Nee, diesmal hier. Okay, also zusammenreißen jetzt. Wir müssen das jetzt zusammenreißen. Wir müssen gucken, dass wir das, also, ich setz das Schild da total dumm ein, wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Einfach im richtigen Moment. Hä? Ist es gerade, weil ich das Timing falsch gemacht hab? Oder was? Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade falsch mache, ne? Weil es scheint ja irgendwie zur Story zu gehören, oder nicht? Weil sonst würde er ja nicht mitkämpfen oder sonst würden ja nicht am Ende des Kampfes die Dialoge kommen. War jedenfalls eben bei Glatzia so. Also es ist halt richtig strange gerade hier. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nimi sind Schweine. So, Natsume ist tot. Mois. Auf Start drücken darf ich dann auch nicht so wahrscheinlich, ne? Cool. So, Akinori. Und wir haben Shin übrigens, ihr seht das. Können wir auch eigentlich mal benutzen, aber der rennt wieder vor jeglicher Verantwortung weg. So schnell wie der ist. Deswegen, äh, Also ihr seht halt, ne? Dialogsführung. Nimm das Ding doch da an, Akinori. Willst du nur am Burger denken, oder was? Mieses Schwein. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht darauf geachtet, ob in der Schule dann schon irgendwie diese Quest erfüllt worden ist. Ja, wurde scheinbar. Und ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht getroffen werden. Ich dachte so, es darf nicht zum Kampf kommen, weil wenn es zum Kampf kommt, hast du die Quest verkackt, oder so. Keine Ahnung. Hat sich irgendwie so angefühlt. So, ein Spot noch und der ist hier unten. Und da werden wir uns hinpotten, meine Kerle. Denn das schmeckt. Also Mois. Oh Mann, also dieses, dieses, die Quest hat mich gerade richtig getriggert. Also ich weiß, ich wusste, was zu tun ist, nur haben mich diese ganzen äh, es hat mich halt übelst verwirrt. Dieses ganze, äh, oh Gott, jetzt sind hier so drei Spots, oder was? Mindestens zwei, die entdeckt worden sind. Rerollen die eigentlich immer? Ja, es sind drei Spots, ey, ich wusste es. Gut. Dann lassen wir hier drangehen. Was sehe ich da? Aha, Nudeln im Sonderangebot für 500 Yen, oder was? Mach das Schild frei, ich will lesen, was da steht. Da, also ich kann, ich, das Ding ist, dieser erste Punkt, ja, dieser erste punktuelle, äh, sich bewegende Strahl, der auf mich zukommt, ja, also dieses sich bewegende Teil. Alter, Natsume, du Opfer. Was ist denn los mit dir? Hallo? Sirius? Packen wir Toma rein. Ich wollte noch heilen eigentlich, aber es ist in Ordnung. Muss auch nicht gemacht werden. Mir gerade nur so eingefallen, ja, wäre schön gewesen, aber muss auch nicht. Mois. Wo kann ich die Items nicht irgendwie nach, nach Sternzahl orten, oder so, dass ich sagen kann, okay, ich will, ähm, drei magische Medizin. Ich will, zum Beispiel jetzt hier, ja, die Cola, die drei Sterne hat, soll über dem stehen. Alter, der Döner. Der heilige Döner, meine Kerle. Er wurde sich jetzt ehrenlos reingerendert. Oi, oi, oi. So, dann boxen wir hier mit der Hand zu, oder was? Ja, lecker. Ähm, nee, also diese Strahlen halt, ne, die haben mich verwirrt. Ich wusste nicht, was mit denen sein soll. Also ich weiß es halt nicht. So fünf dieser Kugeln bekommen, krass, nice. Steht übrigens immer links, äh, für die, die es nicht wissen, äh, ja. Und der heilige Mois. Klatschung eingeleitet. So, da wo direkt hier drei stehen, ach so, er hat, er hat einfach den Gegner da hinten angegriffen, der zehn Meter, zehn Meter weiter weg steht. Ah. So, der Thunfisch-Boot. Ja, los, nimm an! Nimm doch an! Lol, das geht nicht, wenn du diese Yo-Kai-Form hast, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Sehr dubios. Naja. Also ich hatte echt das Gefühl, dass man, äh, und jetzt gehen wir uns erstmal heilen, ey. Ich hab, ich hab die Schnauze voll mit ständig aufheilen am Anfang des Kampfes. Uff. Rein in den immer der Markt. Hallo, au-Kai-Brudes. Was geht, Mann? Ne, äh, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, es ging darum, dass wir darauf kommen wollten, dass ich nicht wusste oder nicht weiß, wie das hier mit den, mit diesen Punkten zu tun hat, ja, diese, diese, diese Stachelpunkte, wie, wie willst du das nennen? Verunreinigung, ja, diese Verunreinigungskugeln, die in dieser Sequenz auf dich zukommen. Ach, Fixifox, du mieses Schwein. Ich glaube aber nicht, dass wir sie, oder ist das die Aufgabe, dass wir sie suchen müssen? Hat sie was mit dieser Quest zu tun? Andererseits, es gibt 30.000 andere Spots, die wir abklappern können. Junge, was ist das denn für eine Suche hier? Ist das gerade die Suche nach Fixifox oder ist das gerade die Suche nach irgendwelchen Verunreinigungen? Ja, los, jetzt legen sie es frei. Oh, das ist halt immer das Neiße, wenn das halt nicht funkt, oder doch, es hat, oh, nichts gemacht, nichts gesagt, ich habe nichts gesagt, alles gut. Aber, du brauchst hier nicht mal das Schild hochhalten, weil du bist automatisch in den Kampf reingezogen. Das ist das, das ist der Kernpunkt. Du wirst automatisch reingezogen. Und, dementsprechend, ja, der Automaten-Yokai, oder was? Alter, ist das eine Entwicklung vom Koch, ne, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch keine Entwicklung vom Kochtopf sein. jetzt mal Realtalk. Ja, kommen sie heran, Nekomata. Ich bin mal gespannt, ob Nekomata im Deutschen genauso heißen wird, wie im Japanischen. Denn, äh, oder wie langsam bist du denn bitte gerade? Denn, äh, wir haben, Alter, das Ding ist so, Koma-san ist ein internationaler Name, Shibanyan ist international. Äh, ach so, das ist eine Heilkugel, oder was? Ja, moin. Koma-san ist ein internationaler Name, der kommt im Japanischen genauso vor, wie im Deutschen, oder im Englischen. Ähm, Shibanyan ist genauso drauf. Heißt, glaube ich, auch im Japanischen Shibanyan, natürlich, klar. Und, äh, im Englischen auch, dementsprechend im Deutschen auch. So, vielleicht gibt es irgendwo im Spanischen oder so, oder im französischen Abwandlung, dass er da nicht Shibanyan heißt, sondern irgendwie, Shiba, irgendwas. Irgendwas auf Französisch oder so, keine Ahnung. Aber je. Ich weiß es nicht. So, jetzt ist die Frage, war es das jetzt? Haben wir es denn nun geschafft? Haben wir. Aha. Das heißt, Fixie Fox war gar nicht für die Quest, ähm, ausgeschrieben, ne? Die Sau wollte, dass ich sie anspreche, ne? Mieses Schwein, ja. Jedenfalls. Ja, Leute, gute Arbeit. Wir haben, äh, die verunreinigten Stellen abgesucht. Mhm. Genau, also, ähm, Untersuchungsstart von wahren magischen Monstern. Wir haben gerade also quasi magische, ähm, Orte untersucht, ja, diese Verunreinigungsstellen. Dort befinden sich ja diese magischen Yokai. Suchen sie in der Sakura Daini Junior High School im Tapapüpaich, in der Shimotomachi Einkaufsstraße und entdecken sie die Aura Verschmutzung. Also quasi, such quasi bei dieser High School in, äh, Lenzhausen irgendwas. Mir fällt gerade der Stadtteil nicht ein. Ich weiß nicht, ob der Stadtteil überhaupt bekannt ist, ob man den im Deutschen überhaupt kennt. So weit südlich, wie diese Schule überhaupt ist. Das ist halt auch schon das Kernproblem. Aber, genau, also die, die High School, da waren wir. dann der Kalabassenteich und die Einkaufsstraße vom Krämerviertel. Da gab es diese Aura Verschmutzungen und jedes Mal, wenn die Aura Verschmutzung beseitigt wird, greift sie die andere Partei an und, ähm, ja, es kommt zum Kampf. Ja? Und ein Ereignis tritt ein, wenn alle Suchen und Kämpfe beendet sind. Das war gerade eben das hier. Jetzt kommen wir zu der, äh, Angelegenheit, die mich auf die Prinzessin führen soll. Ergo auf, äh, wir müssen locker den Ort verlassen, oder? Ich wusste es. 107 Meter, das weiß man doch jetzt mittlerweile auch mal hier, Mensch! Äh, es kommt jetzt zu, zu einer ganz besonderen Angelegenheit, meine Kerle. So wie es aussieht, aber ich würde mal sagen, das, äh, werden wir im nächsten Part machen. Da lassen wir diesen Part heute ein bisschen kürzer, weil ich glaube, im nächsten Part wird die Luzi abgehen. Aber vom Feinsten. Daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute etwas ereignisloser als sonst. Dafür aber mit Fixie Fox, die sich in die Aufnahme reingeschlichen hat. Die alte Sau. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo, wenn ihr neu seid. Bis dahin, machen Sie es gut, hauen Sie rein und bye. Und je. Ja, ja, ja. Ja,